Ich habe aber keine Ahnung, keine Ahnung, wie bei Facebook, Instagram, MoneyGram, JockeyGram, alles keine Ahnung. Damit unser neuer wie 24 Spaßmacher Soso ein wenig mehr als... Keine Ahnung. ...bekommt, trifft er sich heute mit der auf Social Media multiaktiven Jenny. Hey, hier ist Jenny und ich habe einen YouTube-Kanal, einen Instagram-Kanal und dort mache ich so Themen wie keine Ideale verfolgen und mache ein bisschen Fashion, mache ein bisschen Lifestyle und ihr könnt mich unter den Hashtag InspiredByJenny finden.